Wenn du unterwegs bist und du weißt ganz genau, da sind zehn Leute, die tragen dein Jersey, du bist mit denen gemeinsam unterwegs und du ballerst mit denen gemeinsam andere über den Haufen und du gewinnst, dann ist das einfach ein verdammt gutes Gefühl und genau dafür tun wir das. Wenn ich auf dem Feld bin, dann denke ich nicht viel, sondern ich handel einfach. Bis zum nächsten Mal.